Und Hi! Okay, Gitarrenschule Fast Tip present heute mal wieder mit Johanna und Lena oder andersrum Lena und Johanna. Ich sag das ja mal zweimal, der Gerechtigkeit halber. Und wir spielen mal ein Lied, das heißt Ho, Ho, spannt Rentiere an. Das kennt ihr sicher alle unter der Melodie oder dem Namen Heyo, spann den Wagen an zum Herbstlied. Und wir haben daraus jetzt ein Weihnachtstip gemacht. Okay, seid ihr soweit? Ja. Okay, los. Eins, zwei, drei und... Ho, Ho, spannt Rentiere an. Mit dem Wind kommt der Weihnachtsmann ins Land. Ho, Ho, spannt Rentiere an. Mit dem Wind kommt der Weihnachtsmann ins Land. Singen Weihnachtsmann ins Land. Ho, Ho, spannt Rentiere an. Mit dem Wind kommt der Weihnachtsmann ins Land. Ho, Ho, spannt Rentiere an. Mit dem Wind kommt der Weihnachtsmann ins Land. bringt uns rendre Regullen nicht voll. Mit dem Wind kommt der Weihnachtsmann ins Land. Ho, Ho, spannt Rentiere an. Ho, Ho, spannt Rentiere an. Das Volume kommt der Weihnachtsmann. haben die super gemacht und jetzt habt ihr noch einen Tschüss. Tschüss. Ich sage auch Tschüss. Also bis dann.